So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Dat ist der Sören, den müssen wir schnell wieder anmachen. So, Sören ist an, Sören leuchtet ein bisschen. Wir stellen ihn wieder hinter uns in das Regal, seht ihr wie der leuchtet, ist das nicht toll. Es ist immer noch Halloween Season, Halloween Zeit. Heute ist das Halloween Event Teil 1 gestartet, also bei mir noch nicht. Bei mir ist 8.32 Uhr, 10 Uhr geht das Halloween Event los, Teil 1. Und passend dazu möchten wir heute Halloween Event Teil 2 vorstellen, bereden, denn die News kam gestern. Kurz nachdem ich 15 Uhr mein Video geteilt habe, kam das rein, sodass ich das für heute als Video dann machen möchte. Wir sehen hier Bautz, wir sehen Froxy, alles mit Hüten und Kostüm. Wir sehen ein Giga Dynamax Gengar, also ein Jumbo Döner Gengar. Das ist auf jeden Fall interessant. Halloween 2024 Teil 2. Montag, 28. Oktober, 10 Uhr bis Sonntag, 3. November, 20 Uhr. Pokémon Debüts. Während des Events könnt ihr neuen, kostümierten Pokémon begegnen. Froxy mit Hexenhut. Bautz mit Halloween Zylinder. Können beide auch Shiny sein. Ich sag's euch, wie es ist beim Habanero. Ich leg gar keinen Wert dar auf Shinies, auf Kostüme, gar nicht. Ich versuche ja nur mich auf bestimmte Krypto-Pokémon zu fixieren. Das heißt, diese Events haben für mich jetzt nicht mehr den Anreiz wie früher. Bei euch ist das hoffentlich noch anders. Und ich konzentriere mich auch auf Dönerkämpfe. Aber das ist dann wieder was, wo ich jetzt sag, oh, wie soll ich das bloß machen. Ich freue mich auf Teil 1 jetzt, auf Nebulag. Eigentlich müsste man sagen, Nebulag ist total hinfällig. Was bringt dir denn ein Nebulag, was du dann entwickelst zum Gengar, wenn das nur ein Döner-Max ist, aber kein Giga-Döner-Max und ein Giga-Döner-Max-Gengar im Teil 2 erscheint. Was du machen müsstest, damit du ein Gengar hast, was ein Giga-Döner-Max vollziehen kann. Dann sind ja alle Döner-Max-Gengars davor egal. Oder man muss soweit denken, wie willst du es denn schaffen, den Giga-Döner-Max-Gengar zu besiegen? Geist gegen Geist. Das heißt, eigentlich musst du im Teil 1 Nebulag raiden im Dynamax so viel, so hart, dass du drei Dynamax-Gengar hast. Alle deine Freunde haben dann drei Dynamax-Gengar als Armee, um den Döner-Kampf der Stufe 6 Giga-Döner-Max-Gengar herauszufordern, zu besiegen, zu machen. Weil wir haben keinen, du brauchst da nicht mit Bisa-Sam antreten, du brauchst da nicht mit Gnumanda antreten. Eigentlich brauchst du Teil 1 und Teil 2, jetzt verstehe ich den Sinn dahinter, eben fand ich es noch komisch, aber doch. Du musst sinnlos alle Ressourcen rausplembern im Teil 1, damit du Teil 2 überhaupt irgendwas machen kannst. Oder du raidest einfach ein paar Gengar in Teil 1 und lässt das andere Ding nebenbei. Okay, so. Giga-Dynamax-Gengar erscheint vom 31. Oktober, 10 Uhr, bis zum 3. November, 20 Uhr, zum ersten Mal im Pokémon Go. In Döner-Kämpfen der Stufe 6. Das Ding kann auch shiny sein, hat ja eine besondere Form, ein besonderes Aussehen dann. Wer die Spiele kennt, der kennt sich aus. Ich bin immer noch gespannt, wie schwer diese Raids sein werden. Wir haben vorher ja trotzdem, an diesem Wochenende müsste Giga-Dynamax-Turtok-Lurak-Bisa-Floor kommen. Ich sehe schwarz, ich sehe schwarz. Aber mal gucken, es sieht gut aus. Giga-Dynamax-Gengar ist auf jeden Fall, ja, mein Favorit, wenn ich jetzt die ersten 4 Giga-Döner-Maxchen mir angucke. Event-Boni, doppelte Fang-Bonbons, erhöhte Chance auf wilde Schillerne zur Ruhe, wer da noch keins hat. Erhöhte Chance für Trainer ab Level 31, XL-Bonbons mit guten, großartigen oder fabelhaften Wurf. Die Bonbons spielen eh immer eine wichtige Rolle im Halloween-Event. Dann eine erhöhte Chance auf schillernde Exemplare der folgenden Pokémon. Nach Raid kämpfen. Gengar mit Gruselfest-Kostüm. Nach Tara trifft Zeppli mit Halloween-Schabernack-Kostüm. Froxy mit Hexenhut. Bautz mit Halloween-Zylinder. Falls ihr vorhabt, das alles zu raiden, viel Spaß. Erhöhte Shiny-Rate, okay. Alte Kostüme werden halt immer wieder recycelt. Ich würde mich wahrscheinlich dann aber auf momentan noch Giratina konzentrieren mit meinem eintäglichen Raid-Pass. Und dann eben auf Darkrai, wenn Darkrai drin ist. Also Raid-technisch ist da für mich eh nichts bei. Erhöhte Chance, schillernde Exemplare der folgenden Pokémon auszubrüten. Wer sagt, er raidet nicht, er läuft viel und brütet lieber. Gibt's Wulpix mit Gruselfest-Kostüm. Pichu mit Hexenhut. Froxy mit Hexenhut. Bautz mit Halloween-Zylinder. So. Am 31. Oktober besteht eine kleine Chance, Sonderbonbons oder Sonderbonbons XL zu erhalten, wenn ihr kostümierte Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Wow, krass. Bester Boni. Aber der Bonus, aber dann wissen wir ja schon. Reddit veröffentlicht wieder irgendwas. Keine Ahnung. Dann heißt es wieder, drei Milliarden Pokémon wurden gefangen und daraus ergaben sich dann zwei normale Sonderbonbons. Und die Chance war so gering. Man hatte auch nur den einen Tag Zeit, dass wieder alle wütend sind. Wilde Pokémon während des Events. Das ist für mich immer noch mit am interessantesten. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen vermehrt. Wulpix mit Gruselfest-Kostüm. Shuppet. Plinfa mit Halloween-Schabernach-Kostüm. Flecknoil. Zorua. Froxy mit Hexenhut. Iskala. Paragoni. Irbis mit Gruselfest-Kostüm. Bautz mit Halloween-Zylinder. Mit etwas Glück. Pikachu mit Hexenhut. Alle. Alle komplett. Ich muss nochmal gucken, ob überall Rosetten dran sind. Ja. Alle komplett können shiny sein. Shuppet brauche ich vielleicht noch ein paar Bonbons für mein Mega-Banett. Zur Ruhe ist immer noch ein sehr interessantes Pokémon. Paragoni für GBL auch wieder mal nützlich. Ansonsten. Weiß ich nicht. Finde ich. Wo sind Sachen, die mich wirklich interessieren? Wo sind die ganzen wilden Nebulaxe? Ich brauche noch Nebulaxe für eine Gengar-Armee. Sehe ich nicht. Pokémon-Eier. Folgende Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer-Eiern. Wulpix mit Gruselfest-Kostüm. Pichu mit Hexenhut. Froxy mit Hexenhut. Bautz mit Halloween-Zylinder. Also auch wieder gefühlt dasselbe Mist. Aber alles shiny. Raids. Was könnt ihr wieder raiden? Die folgenden Pokémon erscheinen in Raid-Kämpfen. Pikachu, Hexenhut. Froxy, Hexenhut. Bautz. Halloween-Zylinder. Sucht es euch also aus. Ob wild. Ob aus Feldforschungen. Ob aus Eiern. Ob aus Raids. Es ist ja alles erhöht. Aber Froxy bautz. Auf jeden Fall neu. Ja, man will auch verschiedene Möglichkeiten haben, da ranzukommen. Stufe 1 Raids. Für mich also auch wieder nix. Stufe 3 Raids. Gengar mit Gruselfest-Kostüm nach Tara. Und Drift Zeppli mit Halloween-Schabernack-Kostüm. Ist ja auch erhöht. Dann die shiny Rate. Na, was lustig ist. Eine kostenlose, befristete Forschung. Aha. Vom 22. Oktober 10 Uhr. Das heißt, das ist eine News. Die gab es im Teil 1 Event ja schon. Dass es wieder eine Forschung rund um Krybuk gibt. Und sie seine 108 Geister. Das geht heute, heute direkt am 22.10. Um 10 Uhr geht das schon los. Eine kostenlose, befristete. Plus eine kostenpflichtige für 5 US-Dollar. Danke an Excavator. Da habe ich ein Ticket für erhalten. Plus eine kostenpflichtige für 2 US-Dollar. Danke an Excavator. Denn auch da habe ich ein Ticket für erhalten. Also heute, heute. Am 22.10. beginnen drei Forschungen. Also wenn man zwei Tickets hat, hat man drei Forschungen. Hat man gar kein Ticket, hat man nur eine Forschung. Das steht in Teil 2 hier noch mit drin. Ist aber ab Teil 1 schon alles verfügbar. Pokémon bei Feldforschungen. Pikachu mit Hexenhut. Wulpix mit Gruselfestkostüm. Plinfa. Froxie. Bautz. Moppeko. Und das ist jetzt wichtig, weil hier steht Moppeko mit dabei. Das ist ja noch gar nicht genannt bei den anderen Sachen. Kriegt ihr aber in Feldforschungen. Beziehungsweise wer natürlich so ein Ticket hat, kriegt auch im Zuge des Tickets. Der Ticketforschung sowieso eine Begegnung mit Moppeko. Mit etwas Glück. Krüppuk aus Feldforschungen. Dann gibt es hier wieder Mega-Energie für Gengarhunde, Monsubiris, Barnet, Absold. Aber ich glaube, das stand auch alles im Teil 1 noch mit drin. Genau hier wie diese Avatar-Artikel. Die Kostüme waren, glaube ich, in Teil 1 auch dabei. Lavandia-Musik. Farbenfrohes Fest. Showcases. Wurde auch alles in Teil 1 genannt. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, finde ich Teil 2 jetzt gar nicht so berauschend. Und Froxy und Bautz. Haja, für die Sammler, die sagen, sie wollen da irgendwas haben. Am interessantesten und heftigsten wirkt das Bild mit dem Giga-Dynamax-Gengar. Aber wer da jetzt das besiegen kann und wer nicht und wer jetzt wieder dran verzweifelt, das ist halt auch wieder so eine eigene Geschichte. Wir sind erst mal am Wochenende. Sehen wir ja, wie das läuft mit den Startern im Giga-Dynamax, bevor dann Gengar kommt. Und ich sehe schwarz, ich sehe schwarz, keine Ahnung. Und die ganzen Kostüme verwirren mich. Und ansonsten wüsste ich nicht, was ich da gerade für ein Ziel haben soll. Ich mache weiter also meine Nebula-Graids im Dynamax, weil das ist irgendwie cool, das ist chillig, das ist ohne Stress, das ist ohne Druck. Wie seht ihr das? Was findet ihr besser, Teil 1 oder Teil 2 vom Halloween-Event? Was sind eure Ziele im Halloween-Event Teil 2? Braucht ihr noch Krüppung oder so zum Beispiel? Werdet ihr euch auf Morpeco stürzen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was in den Forschungen drin ist, werde ich euch dann zeigen. Danke also Excavator. Da muss ich wieder upscreenen, da muss ich wieder schauen, Stück für Stück. Da wird Video dazu kommen. Vielleicht ist da ja was Cooles dabei. Vielleicht auch ein kostümiertes Shiny oder so. Mal sehen, was sonst noch drin ist. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.